Ich bin 40. Ich bin pleite. Ich habe gerade mal ein Patchwork-Patenkind. Und Hadi ist auch wieder abgegangen. Eigentlich brauchst du keinen irreversiblen Effekt, sondern eine Galerie. Alles, was sich in Bewegung setzt, muss durch den Kopf hindurch. Was ist das, Laurens? Wo sind wir? In einer Kunstaufstellung. Warum hast du eigentlich keinen künstlerischen Erfolg? Ich? Wer sagt das denn? 96. Was misst denn deine Magicbox? Sie misst Möglichkeiten. Super. Sieht wirklich so aus wie die Objekte, die du gestern gemacht hast, nur größer? Ja. Das ist doch genau das, was ich machen will. Kunst, die wirkt. Ich glaube, deine Kunst wirkt. Welche Auswirkung ihre Kunst hat, ist Nikita doch scheißegal. Sie hat die Sonne blau gemacht. Blau! Katastrophenkunst. Keine Panik! Das ist Kunst! Tja, die Normalität erlischt weltweit. Kunst, Kunst. Ich bin Wissenschaftler. Ich habe keine Ahnung von Kunst und du auch nicht. Du bist wunderbar. Das ist die Kunst. Ich habe keine Ahnung von Kunst und du auch nicht.